Also, hier haben wir den Basti und Monsieur Jean-Fred, und heute können wir Velo fahren. Ja, beide. Können wir! Solange es bergauf geht, sind wir richtig. Ja, und ganz im Hintergrund ist Jura. Und hinter Jura ist der große Kanton. Genau. Und das ist der Jean-Fred. Ça va bien? Très bien. Ja, vormittag. Ja, cool. Du langs Bergauf geht, sind wir richtig. Komm Jean-Fred, let's go. Du langs Bergauf geht, sind wir richtig. Du langs Bergauf geht, sind wir richtig. Du langs Bergauf geht, sind wir richtig. Rutschig, laut und gut. Einfach sprachlos. Kommt das. Einfach sprachlos. Rutschig, laut und gut. Einfach sprachlos. Kommt das. Ach, cool. Das ist ein schöner Weg. Jo. Wisst ihr? Also mit dem E-Bike. Du und dein E-Bike. Würde dich überall hier hoch machen. Du wirst nicht vermisst sein. Überall runter. Wisst ihr? Ja, Sepp. Ja, da rein. Einfach sprachlos. Einfach sprachlos. Ganz komisch. Ist das? Rutschig, laut und gut. Rutschig, laut und gut. Kommt, Gas. Kommt, Gas. Bist du? Kommt, Gas. Also mit dem E-Bike. Du und dein E-Bike. Würde dich überall hier hoch machen. Wirst du? So langs Bergauf gehts immer richtig. Bist du? Hier haben wir den Bassi. Ja, guten Tag. Und Monsieur Jean-Fred. Hallo. Bist du? Rutschig, laut und gut. Bist du? Ich nehme das Fahrrad. Bist du? Ich nehme das auch an.